Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Eine neue Identität wurde ihm von oberster Stelle verpasst. Eddie, was ist passiert? Was? Ich habe das Gefühl, als ob jemand in meinem Körper steckt. Ich wünsche, dass Sie ihn heute Nacht umbringen. Eddie Kay erlangt die furchtbare Gewissheit, dass er zwei Leben hat. Hi, Eddie. Ich kenne Sie nicht. Er hat angebissen. Und beide schweben in Gefahr. Los, Anna. Los, los. Er ist wieder aufgetaucht. Eddie Kay hat keine Identität mehr. Er weiß nicht, wer er wirklich ist. Keine Bewegung. Nameless. Denn wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft.